Der diesjährige Black Friday ist da und hat mit tollen Angeboten richtig Fahrt aufgenommen. Die Einzelhändler und Hersteller haben Verkäufe mit rekordverdächtig niedrigen Preisen gestartet. In diesem Video zeigen wir dir die besten Black Friday IPL-H-Entfernungsgeräte-Deals von Braun und Philips, die wir auf Amazon gefunden haben. Alle Links zu den IPL-H-Entfernungsgeräten findest du in der Videobeschreibung. Starten wir mit dem Philips Lumia Advanced IPL-H-Entfernungsgerät inklusive 3 Aufsätzen und Korrekturtrimmer. Genieße 12 Monate langseitig glatte Haut sowie bis zu 92% weniger Haare an den Beinen nach nur 3 Behandlungen. Wähle aus 5 Lichtintensitätsstufen die für dich angenehmste aus, während die kostenlose Lumia Coaching-App dich Schritt für Schritt durch die Behandlungen führt. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Lumia Advanced liegt bei 400 Euro, das Philips in seinem Amazon-Store zum Black Friday mit 43% Rabatt für 230 Euro anbietet. Auch das Lumia Prestige IPL-H-Entfernungsgerät inklusive 4 Aufsätzen bietet Philips als Black Friday-Angebot an. Führe die ersten 6 Wochen nur alle 2 Wochen eine Behandlung durch und führe dann monatlich Auffrischungsbehandlungen durch, um das Ergebnis zu erhalten. Mit 300 Euro bietet Philips dieses Set mit einem 46% Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 560 Euro an. Gleich drei tolle Black Friday-Deals bietet Braun für seine IPL Silk Expert Pro Haar-Entfernungsgeräte an. Das Braun IPL Silk Expert Pro 3 Haar-Entfernungsgerät vermindert dauerhaft sichtbar das Haarwachstum in drei Monaten, schnell, präzise und sanft zur Haut. Das IPL Silk Expert Pro 3 bietet Braun für 225 Euro zum Black Friday an, anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 283 Euro. Auch für das IPL Silk Expert Pro 5 Haar-Entfernungsgerät bietet Braun ein tolles Black Friday-Angebot an. Brauns schnellstes IPL-Gerät für weniger ausgelassene Stellen. Bis zu 125 Lichtimpulse pro Minute für eine mühelose Anwendung und bessere Abdeckung der Haut. Zum Black Friday kannst du diesen Deal 25% unter der unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 400 Euro, für 300 Euro bekommen. Und zu guter Letzt haben wir das Braun IPL Silk Expert Pro 5 Haar-Entfernungsgerät mit Venus-Rasierer und Tasche als Black Friday-Deal gefunden. Bis zu 6 Monate seidig glatte Haut von zu Hause und sichtbare Verminderung des Haarwuchses in nur 4 Wochen. Mit einem satten Black Friday-Rabatt von 46% liegt dieser Deal mit 325 Euro, 275 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 600 Euro. Das waren die besten IPL Haar-Entfernungsgeräte Black Friday-Deals, die wir gefunden haben. Wir hoffen, dass der richtige Deal für dich dabei war. Du findest alle Links zu den Deals in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust.